today is the day liebe freunde ich werde mir eine drohne kaufen und ich bin so halb ich will unbedingt dann direkt raus und schon mal die ersten versuche machen und ich bin noch nie so ein ding geflogen ich habe keine ahnung wie das geht aber ihr kommt auf jeden fall mit begleitet mich und dann ich glaube gut also ich bin jetzt auf dem weg und hole mir die drohne jetzt ab und ich will auch los und raus shooten aber es ist ziemlich windig deswegen weiß ich nicht ob das so gut ist aber da frage ich einfach mal Olli bei dem hole ich nämlich die drohne ab und wenn ihr das intro schon gesehen habt dann denkt ihr ja vielleicht der typ hat doch schon eine drohne die aufnahmen habe ich mit Olli zusammen gemacht und die drohne gehört ihm er holt sich jetzt die neue Mavic Air 2 und deswegen ist die die Mavic Air die er jetzt hat, ähm, frei! Hallo! Grüß dich, ich bin da! Guten Abend! Ja, ich komm! Korrekt! Achiii! Es geht! Was bist du denn für ein Gier, Alter? Wir gehen direkt außen rum! Hast du das hinten? Ja, ich hab die im Hintergang. Hast du das noch aufgebaut oder alles eingepackt? Nee, eingepackt! Aber ich hab mir gedacht, wir machen das mal kurz fertig! Erstmal App verbinden und so, ne? Das hört sich sehr gut an, dann lass uns das machen! Die ist aber auch schon klein, ne? Die ist nicht groß, ja! Und die Mini ist noch kleiner! Alter, die Mini ist, die geht so bis hier krank! Das ist schon wild! Das ist heftig! Die hinteren klappt so nach unten weg! Genau! Und die vorderen zur Seite! Ja! Die vorderen Propelter noch Füße! Genau! Den Kamera, den Gimbal-Schutz ab! Genau! Nach vorne! Yes! Nice! Das ist es! Ich muss die App noch hier irgendwie verbinden, ne? Ja, ja! Macht jetzt auch so Pipi! Ja! Okay, das gleiche muss ich... Genau! Bisher machst du hier! Was ist jetzt hier die... Ja! Achso! Ja! 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 Es regnet jetzt auch noch dazu! ja ich habe meine drohne drin und ich mache jetzt mal im auto fertig und hoffe dann dass das gleich ein bisschen besser wird vom wetter her und dann gehe ich in die luft und dann nehme ich euch auch wieder mit natürlich das wetter ist jetzt leider noch nicht wirklich besser geworden regnet immer noch ich habe jetzt hier meine drohne und jetzt hier kann man alle ein bisschen geschützt zu sein ja oder vielleicht doch also ich wurde jetzt gefragt ob ich auf so ein altes verlassenes gelände möchte und ich hoffe dass ich mich da auch irgendwie unterstellen kann und dann die drohne fliegen kann und dann bin ich mal gespannt wie das ganze ding nach von oben aussieht also freunde ich glaube man sieht es die sonne ist da und der himmel wieder blau auf jeden fall richtig glück gehabt und jetzt haue ich mich hier hin lost place mit der drohne und dann gehe ich mal ein bisschen in die luft jetzt haue ich mich hier hin jetzt haue ich mich hier hin jetzt haue ich mich hier hin ja vielleicht geh ich hinten noch mal hoch der platz hier ist zu krass leute Es sieht übelseftig aus. Hier werde ich die Drohne jetzt auf jeden Fall auch einmal steigen lassen. Krank. Richtig geiler erster Flugtag. Okay, ich hoffe die Kamera macht jetzt gerade noch mit mit der Batterie. Aber ein Major Learning. Dieses Ding hier macht extrem viel Bock. Es ist so geil. Ich habe jetzt gerade alle vier Akkus leer geflogen. Und ich bin richtig gespannt wie das alles aussieht. Ich gucke mir das nachher auf dem PC an. Und ihr werdet bestimmt schon einige Sequenzen gesehen haben. Und damit mache ich dann jetzt hier das Outro. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und ich werde definitiv viel, viel Videos machen mit dieser Drohne. Und diese auch mit euch teilen und meine Erfahrungen. Und in den nächsten Tagen mal so ein bisschen mit den Einstellungen von der Drohne rumspielen. Und dann mal gucken wo ich überall hinkomme. Und hoffentlich können wir alle bald wieder viel reisen. Damit ich die dann da auch einpacken kann. Und ich hoffe auch, dass ich jetzt hier gerade nicht krass überbelichtet bin. Falls ja, dann tut es mir leid. Verzeiht es mir. Ich verabschiede mich aber für dieses Video und wünsche euch alles Gute. Macht's gut. Now, the first five? Erstens denn, den wir läuft? Eyy? Ich bin oben an. Dann qualche呃 monthly better. Dann dich schw Mag mir. Dann gehen uns da raus.